hallo ihr lieben willkommen zum 16 türchen am 16 dezember heute mit kakao mit marshmallows drin von der lieben cat seht ihr die marshmallows die schwimmen hier oben richtig cool das werde ich mir jetzt gleich rein fahren dann haben wir wieder ein ü-ei das machen wir gleich auf und ich habe noch neue kerze die andere war leider abgebrannt und die hat ein farbwechsel ich denke ihr könnt das so ein bisschen sehen ich mag sowas ganz gerne die war in meinem nikolaus stiefel da habe ich jetzt bekommen und hier finde ich ganz cool die riecht nach cupcake erdbeermarmelade und nach süßer sahne finde ich ganz cool und das ist abwechselnd also die ist geschichtet soweit ich weiß ja und hier ist das päckchen von der lieben luba die nummer 16 und die machen wir zusammen auf bin heute ein später dran ich habe heute vormittag schon gearbeitet gleich früh und bin jetzt schon fertig ich habe jetzt schon feierabend und deswegen machen wir jetzt noch ja erstmal den kalender und dann machen wir noch ein video zusammen das werdet ihr dann sehen ich sehe jetzt auf das denn aus wie sticker oder so kommt raus das war gut verpackt diesmal so das kommt wieder weg und hier sind wieder die disney prinzessin diesmal bell richtig cool ich hole ihn mal raus und ja sind alles unterschiedlich ich habe extra noch mal nachgeschaut weil ich mir nicht sicher war beim letzten mal total sie ist sie sind so putzig auch hier mit dem pferd total cool und die sieben zwerge sehr sehr sie ist ja die sind total toll da muss ich mir etwas einfallen lassen ich glaube die lassen sich schlecht eingießen weil die aus papier sind muss ich mal schauen ich habe die anderen gerade hier liegen ich zeige es euch mal kurz ich halte euch das mal daneben da sieht man dass es dann wirklich verschiedene drin sind finde ich richtig cool ich mag die auch total gerne die disney prinzessin ja dann machen wir noch das ei zusammen auf und ich tippe ja mal drauf na ich weiß es nicht lassen uns überraschen was drin ist ich habe irgendwie das gefühl ich ernähre mich diesen monat nur von kinderschokolade was natürlich nicht gerade förderlich ist für die figur aber die schmeckt halt einfach so lecker so und der kakao der sieht schon so gut aus ich finde das cool diese idee mit den kleinen marshmallows da drin so was haben wir denn hier was zum zusammenbauen das sieht aber eigentlich ganz süß aus das ist hier irgendwie so ein kleines tierchen aha so für die für den finger joa sieht ganz lustig aus schauen wir doch mal so keine ahnung wie das da dran gehört das kommt da dran so seht ihr überhaupt was ich muss an der kamera vorbeigucken sonst kann ich das nicht zusammenbauen so keine ahnung das ist eigentlich ganz süß oder ich finde es ganz putzig ja und jetzt ist die frage ich glaube das doch geht das zusammen ne 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 ich glaube das muss man sich dann hier so so einfach anziehen so süß oder ja ist schon witzig für kinder für mich jetzt halt schwierig zum hinstellen aber ja ja ihr lieben das war der abgangskalender türchen nummer 16 und ich werde jetzt hier kurz aufräumen und dann vorbereiten und dann werde ich gleich noch ein video abdrehen und wer lust hat der schaut dann einfach nachher nochmal rein bis dahin ihr lieben tschüssi b s die die